Hey Leute, ganz kleine Info, bevor das eigentliche Fortnite-Video anfängt. Ich habe hier noch einen kleinen Clip für euch, den ich euch unbedingt zeigen wollte. Und der passt perfekt in diese Folge rein, deswegen gibt es den hier vor diesem Video. Ich hoffe, ihr habt Spaß bei der Folge. Die Folge ist ziemlich nice. Würde mich natürlich sehr bei Unterstützung freuen. Jetzt genießt erstmal diesen kleinen, ja, Pre-Intro-Clip, kann man vielleicht sagen. Und danach natürlich die richtige Folge. Ich wünsche euch viel, viel Spaß. Und auf das wir hier ein schickes Röntchen rumballern. Hier ist noch eine Kiste drin, das ist ja ganz gut, damit sich hier, da kommt gerade wer. Ja, die hat man aber gehört, die müssen sich eben oben aufräumen, damit die Leute, äh... Hast du was gedroppt? Mach mal erstmal die Tür wieder zu, hier ist noch eine Kiste drin. Kann gleich noch einer reinlaufen, gerne. So. Ähm, gehen wir mal weiter nach unten. Und jetzt habe ich den Faden verloren. Ja, egal. Ähm, wir machen erstmal hier einen kleinen Opener. Und dann schauen wir weiter. Falls er die Falle überleben sollte, weil er Schild hat und weiter rennt, kann ich direkt zünden. Ich höre ja, wenn ich, wenn die Falle trifft. Dann ist das gerade der Trick. Ja, keine Ahnung, ob das klappt. Aber wäre nice, wenn. So, Salty Springs ist angesagt. Es hat perfekt geklappt, Leute. Er hat die Falle überlebt aufgrund von Schild. Und danach habe ich das C4 gezündet und es übernommen. Herzlich willkommen zurück, Leute, zu einer neuen Runde Fortnite Battle Royale. Ich bin heute solo unterwegs mit den neuen Chroma Skins, die ich eigentlich ziemlich schick finde, weil die mich so ein bisschen an Dr. Doom erinnern. Und das finde ich eigentlich ganz nice. Und, da wollte ich gar nicht lange warten und nehme mal ein Hündchen auf. Wir gehen mal Salty. Ihr seht hier, was da gerade so alles los ist. Da oben ist ein Sniper drin. Das ist erstmal nicht so schlimm. Sofern hier unten eine Waffe liegt. Nehme ich doch die Sniper. So, kurz konzentrieren, Leute. Ganz, ganz stressiger Anfang. Erstmal kein Thema. Dann geht's erstmal nach unten. Okay. Wird nicht angenehmer hier unten. Aber, ich wusste nicht, dass er schon an mir vorbeigegangen ist. Naja. Ging ja nochmal ganz gut. Lol. Oh. Was ist denn hier los, Leute? Jetzt ist bei mir einer gestorben. Wechseln wir erstmal ein klein bisschen durch. Okay. Der habe ich da hinten versteckt. Überall zu, was wollte ich nicht. Wie konnte ich den verfehlen? Habt ihr ihn gesehen? Wahrscheinlich, ne? Ihr seht auch immer alles. Dann sind die Baumats ausgegangen. Kurz zuhören. muss ich mich kurz konzentrieren, Jungs. Sorry. Okay. Huh. Was ein Salty Springs Opener. Das war krasser als gedacht. Wie sicher ist die Stadt jetzt noch? Das ist die Frage. Ich habe so Angst vor diesem doofen Random Fallen in Salty Springs. Die Häuser dafür sind präsentiert. In der Zeit holte ich mal noch ein klein bisschen ab, bis ich irgendwas höre. Komm schon, keine Traps hier. Dann baue ich das mal kurz wieder nach. Dann baue ich das mal kurz wieder nach. Ich brauche nur eigentlich einen neuen Anhaltspunkt für den Gegner. Ah. Hat sie erledigt. Puh. Das war ja schon mal was. Puh. Das war ja schon mal was. Die Kiste ist noch da. Flog da gerade eine Sticky? Das war ja schon mal was. Sorry. Mh, auch ne Überlegung wert. Blauer Auto hier. Hab ein ganz mieses Gefühl gerade bei der Runde. Deine Schuss mit der Sniper gerade war mega knapp an mir vorbei. Brauch ich lieber in die Richtung raus, weil ich hier schon öfter war. Weil ich da schon öfter mal geguckt hab. Hier liegt noch relativ viel guter Stuff. Oh lol, die neue Zone. Holy smokes. Das ist ein gutes Stück. Dann wollen wir mal los. Hier kam gerade unser Reaper her. Der kam von da oben. Der wird auch einen Kampf vorher gewonnen haben. Wir haben ja einen Schuss vorher gehört. Da ist er halt richtig hart reingesnipet gerade. Ah, ein Schlüpf ist auch nicht schlecht. Hier oben ist er lang gegangen. Das ist ein Weg der Zerstörung. Oh, jetzt hab ich mir erschrocken. Das ist auch so ein angeeckt Gegner. Und hier hat der mich nicht gehört. Noch ein Gegner. Den einen hat er gesehen. Jetzt laufen drei Idioten hintereinander. Und hinter mir ist bestimmt auch einer. Nimm mal die Sniper in die Hand und aim den ab. Der hat goldenen Loot liegen lassen. Der eine wird voll sein mit Schild, der vordere. Ich lasse die erstmal kämpfen. Sofern er da am Looten war. Okay, wir haben einen Kampf. Kann ich auch näher ran. Dann werden wir keinen Kampf mehr. Und hierベne. Okay. Okay. Was ist das? Fuck Fünf AP haben oder nicht Jetzt schaue ich noch schnell was du da hattest Ich bin da nur so fix durchgerannt Okay Puh Leute Solo immer wieder eine Erfahrung werden Muss man sagen Ganz anderes Spiel was man hier spielt Nur Traps Den will ich mich jetzt nicht anlegen Klar ich habe den High Ground Aber ich bin selbst noch nicht in der Zone Das ist jetzt schlecht Kraft ist da hoch Okay Das war's. Gefällt mir gar nicht. Harten Low Ground selber erspielt. Ganz, ganz mieser Fehler. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das ist ein spannender Kampf gewesen. Ich hätte mich hochbauen müssen. Obwohl Kriegen wir noch einen Great Escape hin Viele hohe Berge noch im Game Aus dem Low Ground rauskämpfen Auch immer wieder Ist ne harte Sache Gebaut hat er nämlich gerade nicht schlecht um sich selber erstmal Securen, aber er hatte eher einen defensiven Baustier Was mir ein bisschen zugute kam Ich will ganz nach Norden rein Okay, ganz nach Norden kann ich erstmal vergessen Ich nehm dann noch die Bandage Will ich noch mitnehmen, Jungs? Ich bin ein bisschen Der Vorteil ist, die Musik ist relativ laut. Das kann schon ziemlich ablenken. Okay, das suckt. Gut, neue Zone. Nächstes Spielchen. Uh, da hinten liegt ein Medikit. Das ist der Typ, der in dem kleinen Bunker im Norden sitzt. Wie hoch ist die Chance, dass er da noch drin ist? Weil er wird sich ja selber einen Nachteil begeben, aufgrund des Lärms. Der wird da auch nicht mehr drin sein. Und wenn doch, ist das ein knallharter Hund. Weil wenn du da drinne bist, hörst du nichts. Deswegen, wie hoch ist die Chance? Ist die Musik aus? Ich muss es riskieren. Ah, ne, muss ich nicht, aber... Die Zone kommt. Ich habe noch Zeit. Ich höre nichts laufen. Krüppelte Treppen wären nicht schlecht gewesen. Mein Fehler. Einer unten. Was ist das für ein Mörder-Porteford ausgebaut? Okay, ist aber bekannt. Ah, gut, der hat wenig... Ah, den Sniper-Schuss. Hätte ich mir da mehr Zeit gelassen. Ich hätte nicht gedacht, dass der piekt, weil... Er hat sich die Wände dahin gestellt und ich dachte, er will weiterbauen. Deswegen. Okay, gut, da ist einer. Einer ist da unten. Okay, der baut sich auch gerade. Dann fehlt mir noch einer. 88. Dr. Doom. Wenn die beiden sich beballern, habe ich hier die Hoffnung, dass er nicht gesehen hat, dass ich schon rausgesprungen bin. Okay, er piekt. Ich habe gehofft, dass er einmal oben rüber piekt. Du musst auch laufen jetzt. Hattest du einen Jump Pad? Leute, gib mir den. Schieß doch unten drauf, Mann. Schieß doch unten drauf, Mann. Okay, die letzten Mats, schlecht. Obwohl, ein bisschen kann ich noch mitnehmen. Vorsicht, Falle, Jungs. Bist du da unten? Wo ist... Ah, okay. Darunter hat er sich schon mal eine Etage gebaut. Komm, ich bin drin, oder? Immer noch fair sein. Gut, jetzt kommt es drauf an. Ich sehe den einen, aber halt nur den einen. Der ist da unten unter dem Baum, ne? Deine baut sich gerade nach unten durch. Keine Baumanns mehr. Ich sehe den einfachen dazzling. Okay, das geht um الكjör Code. Hm, jetzt bin ich hier unterwegs, aber da. SCH ding-. Er macht mich fertig mit Bauen. Das ist Suck. Denn. Vorsichtig. Ich riskiere es. Nein, wie viel hat er? Wie viel HP hat er? Er muss so wenig haben. 8 HP. Boah, war das knapp. Das hat aber Spaß gemacht. Garden Fungus hat hier das Match gegen mich gewonnen. Da fehlt mir die Baumanns. Ich hätte vielleicht irgendwo noch was abbauen müssen. Aber ja, so läuft das. Wenn man nicht baut, dann hat man auf jeden Fall einen Nachteil. Und ich hatte auch noch den Low Ground. Aber ich denke, ich habe es eigentlich ganz gut runtergespielt. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß und hattet die Spannung gefühlt. Ich würde mich sehr über den Support freuen. Auch wenn das hier am Ende eine Katastrophe war. Aber die Runde an sich doch sehr, sehr geil. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. All right. Untertitelung des ZDF, 2020